In Stein um Stein zeigt Colin Harbenson biblische Schlüsselprinzipien für Kunst und Glaube auf. Einfach und verständlich. Für jeden sofort umsetzbar. Harbenson beleuchtet in der mehrteiligen DVD Stein um Stein die wichtigsten Steine in der Kirche und im Leben des Künstlers, die uns daran hindern, Gottes Gaben der Kreativität anzunehmen. Der Autor zeigt, was nötig ist, um Stolpersteine zu beseitigen und als Künstler am Sanierungsplan Gottes für seine Schöpfung beteiligt zu sein. Wie lebendige Steine. Und werdet gebaut in ein geistliches Haus. Eine heilige Priesterschaft zu sein, die geistliche Opfer darbringt, die Gott angenehm sind durch Christus. Stein um Stein. Die neue DVD mit Dr. Colin Harbenson. Jetzt neu. In Deutsch und Englisch. Bestellen Sie jetzt Ihr DVD-Set bei ArtsPlus. Beigelegt ist ein hundertseitiges, alle Lektionen erklärendes Arbeitsbuch. Per E-Mail an info at artsplus.ch Weitere Infos unter www.artsplus.ch Beigelegt ist ein hundertseitiges, alle Lektionen herzunehmen. Beigelegt ist ein hundertseitiges, alle Lektionen herzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020